Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unternehmen müssen sich an Regeln halten. Recht und Gesetz sind für jedermann verbindlich, auch für Unternehmen. Das ist selbstverständlich. Und genauso selbstverständlich ist es, dass Regelverstöße sanktioniert werden müssen. Eine Rechtsordnung, die die durch sie eingeräumten Rechte und Pflichten nicht effektiv durchzusetzen vermag, entwertet sich selbst. Eine Rechtsordnung bedarf daher eines effektiven Sanktionsinstrumentariums, um ihre Akzeptanz gerade bei denjenigen aufrechtzuerhalten, die sich rechtstreu verhalten. Und deswegen ist die Verteidigung unserer Rechtsordnung, dem fühlt sich die Union als Rechtsstaatspartei in besonderer Weise verpflichtet, ganz in unserem Sinne. Und das gilt in allen Bereichen der Gesellschaft, auch im Bereich der Wirtschaft. Und wir haben deswegen auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ein Unternehmensstrafrecht für multinationale Konzerne prüfen. Ich will aber gar nicht verhehlen, dass ich persönlich, und hier schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Antrag der Grünen, einem eigenen Unternehmensstrafrecht skeptisch gegenüberstehe. Und das aus sehr grundsätzlichen Erwägungen heraus. Es entspricht nämlich dem Menschenbild nicht nur unseres Strafgesetzbuches, sondern vor allen Dingen auch dem Menschenbild unseres Grundgesetzes, dass die Sanktionierung eines Verhaltens als strafbare Handlung, dass das persönliche Verantwortung und individuelle Schuld voraussetzt. Und das ist in § 17 unseres Strafgesetzbuches als grundlegendes strafrechtliches und auch verfassungsrechtliches Prinzip manifestiert. Ohne zweifelsfrei nachgewiesene individuelle Schuld gibt es keine Strafbarkeit. Und eine Verbandsstrafbarkeit, das scheint mir mit diesem grundlegenden Prinzip nur sehr, sehr schwer vereinbart zu sein. Ich will mich aber gar nicht so sehr mit unserem Koalitionsvertrag aufhalten, sonst könnte man nämlich auch die Frage aufwärmen, was sind eigentlich multinationale Konzerne? Kann man das eigentlich hinreichend präzise mit Blick auf das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot regeln? Und wieso wäre es eigentlich gerechtfertigt, kleinere Unternehmen gegenüber großen, nämlich multinationalen Konzernen zu privilegieren? Sie sehen, meine Damen und Herren, hier sind viele Zweifel, die aufgeworfen werden. Zweifel, die anscheinend ja auch das Bundesjustizministerium zu haben scheint, das bis zum heutigen Tage prüft und prüft und prüft, aber noch immer keinen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Und aus meiner Sicht kann das gerne auch so bleiben. Nun kommen wir aber zum Antrag der Grünen, der alle Tatbestände zur Sanktionierung von Unternehmen in einem Gesetz zusammenlassen und die Regelung deutlich verschärfen möchte. Was ist also der Grundgedanke dieses Antrags? Zum einen geht es darum, dass behauptet wird, es gebe hier einen systematischen Rechtsbruch von Unternehmen. Und die zweite Behauptung, die in diesem Antrag steckt, dass es Defizite bei der Ahndung von Regelverstößen gibt. Und beides muss natürlich verifiziert werden, wenn dieser Antrag von den Grünen seine Berechtigung haben will. Kommen wir mal zum systematischen Rechtsbruch. Das wird ja hier unterstellt. Und da muss ich schon sagen, natürlich gibt es schwarze Schafe in der deutschen Wirtschaft. Natürlich gibt es Unternehmen, die Rechtsverstoße begehen. Und da muss man auch ganz klar rangehen. Das ist klar. Aber hier von einer systematischen Herangehensweise, von systematischem Rechtsbruch zu stehen, das geht nun wirklich an der Wirklichkeit vorbei. Damit nehmen Sie die gesamte deutsche Wirtschaft und die vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, die rechtschaffend sind, die hart und innovativ arbeiten und so oft auch Weltmarktführer geworden sind, die nehmen Sie in Haftung. Und deswegen sagen wir, solche unberechtigten Vorwürfe, die gehen zu weit. Wir wollen nicht alle Unternehmen in Kollektivhaftung nehmen, sondern nur diejenigen, die sich wirklich etwas zu Schulden kommen lassen. Und die müssen wir dann entsprechend auch angehen, meine Damen und Herren. Und Sie sagen weiter, dass es Defizite bei der Ahnung gibt. Wenn ich mir mal anschaue, was unsere Rechtsordnung den Unternehmen so an Pflichtenkatalogen aufbürdet, da kann ich eigentlich nicht erkennen, dass es zu wenige Pflichten gibt. Ich kann auch nicht erkennen, dass es zu wenige Sanktionsstatbestände gibt. Denn wir reden ja hier nicht nur über den Bereich des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, sondern es gibt die vielen spezialgesetzlichen Regelungen des besonderen Verwaltungsrechts, des Umweltrechts, des Handelsgesetzbuchs, des Aktienrechts, des Marken- und Patentsrechts, des Kreditwesensgesetzes, die Börsenaufsichtsgesetze, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, die kartellrechtlichen Normen des GWBs. Diese Liste ließe sich fast endlich fortsetzen. Und deswegen muss man einfach mal feststellen, es gibt ausgefeilte Pflichtenkataloge. Und es gibt die entsprechenden behördlichen Eingriffsbefugnisse. Und diese werden auch konsequent angewandt. Und deswegen diese Lücken und Defizite, ohne sie zu belegen, hier in den Antrag zu schreiben, da machen Sie es sich ein bisschen zu einfach. Sie bleiben aber dennoch dabei, ohne hier eine fundierte Analyse zu machen, dass das alles nicht effektiv sei und dass man all diese Regeln in ein Gesetz bündeln müsste, was die Sanktionierung von Unternehmen anbelangt. Und das scheint ja auf den ersten Blick auch ein gewinnbringender Gedanke zu sein. Man hat ein Gesetz, dort kann ich als Unternehmen nachschlagen, welche gesetzlichen Pflichten mich treffen und wie gegebenenfalls eine Sanktionierung aussehe. Und ich bin da auch grundsätzlich ein Freund von umfassenden Kodifizierungen. Wir haben seit der Einheit bereits schon einen gesetzgeberischen Auftrag, zum Beispiel ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch zu schaffen. Wir haben auch in unserem Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir ein Staatshaftungsrecht kodifizieren wollen. Aber da muss man dann schon einmal genau hinschauen. Bei der Zusammenfassung und der Schaffung einer konsequenten, in sich kohärenten Regelung, da liegt nämlich der Teufel häufig im Detail. Gerade im Bereich der Unternehmen, der Pflichtenkataloge von Unternehmen, da sind es die spezifischen Pflichten, die eingehalten werden. Und die sind ja ganz verschieden, je nach Branche und je nach Tätigkeitsfeld. Und deswegen gibt es ja diese vielen Spezialgesetze, wovon ich gerade einige aufgezählt habe. Diese verfolgen allesamt einen eigenen fachspezifischen Regelungszweck. Sie haben eine eigene Ratio leges. Sie haben eine eigene, auf Sinn und Zweck der Materie abgestimmte Systematik. Und sie berücksichtigen die Besonderheiten der jeweiligen Märkte und Tätigkeitsfelder. Und Sie sagen jetzt aber als Grüne, wir müssen alle diese Sanktionenregeln, die sich in den verschiedenen Spezialgesetzen befinden, in ein Gesetz zusammenführen. Und, und das ist jetzt das Wichtige, die Strukturen des besonderen Verwaltungsrechts, also die besonderen spezialgesetzlichen Regelungen, die sollen aber in ihrer Struktur ansonsten unberührt bleiben. Das bedeutet ja im Kern, wir haben die Sanktionsregelung in einem Gesetz und die jeweiligen Pflichten, die habe ich jetzt in einem anderen Gesetz. Und da muss man sich schon fragen, wie soll denn das eigentlich funktionieren? Weil der Gehalt, die Reichweite, die Auslegung eines Sanktionstatbestandes, der erschließt sich doch gerade mit Blick auf diese fachspezifischen Regelungszusammenhänge, die Gesetzessystematik und die Ratio leges der jeweiligen Pflichtenkataloge. Wenn ich also sozusagen diesen inneren Zusammenhang, die zwischen Pflicht auf der einen Seite und Sanktion auf der anderen Seite besteht, wenn ich das nun auseinanderreiße und in zwei unterschiedlichen Gesetzen regeln möchte, da geht ja der gesamte systematische und theologische Zusammenhang verloren. Und deswegen ist dieser Vorschlag, den Sie uns hier präsentieren, Gesetzessystematisch völlig verwählt. Er würde zu einer enormen Rechtsunsicherheit führen. Und deswegen können wir das auch nicht mittragen, meine Damen und Herren. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, also die Begründung und der Ansatz des Antrags, der ist schon als solches wirklich sehr fragwürdig. Aber jetzt kann man auch mal auf die konkreten Dinge hier schauen, die uns vorgeschlagen werden. Zum Beispiel wird hier ein öffentliches Sanktionenregister vorgeschlagen. Ich hatte eigentlich immer gedacht, seit der peinlichen Heilsgerichtsordnung Kaiser Karls V., das war im Jahre 1532, sei der Pranger abgeschafft worden. Ich muss jetzt zur Kenntnis nehmen, die Grünen wollen an dieser Stelle offensichtlich zurück ins Mittelalter. Aber wenn das noch mit einem Schmunzeln vielleicht hingenommen werden könnte, wenn man sich mal die anderen Maßnahmen vornimmt, die dort vorgeschlagen werden, zum Beispiel die Strukturmaßnahmen als Strafe. Dort ist gemeint, dass man Unternehmen zerschlagen kann, sie unter staatliches Kuratel stellen kann und einen Staatskommissar einsetzen kann. Und zwar nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern für ganze Unternehmenszweige. Damit bewegt man sich dann noch auf dem direkten Weg in eine staatlich beaufsichtigte und gelenkte Volkswirtschaft. Das ist nun wirklich Sozialismus pur und das können wir wirklich nicht mitmachen. Und dann muss man sich auch mal fragen, wen treffe denn eigentlich die Zerschlagung eines solchen Unternehmens? Die Leidtragenden wären dann doch tatsächlich die Arbeitnehmer und die Kunden des Unternehmens. Die haben aber doch mit dem Fehlverhalten eines Unternehmens, der aufsichtsführenden Personen, doch überhaupt gar nichts zu tun. Nein, mit diesen Vorschlägen, da treffen Sie wirklich die Falschen. Und das wäre auch wieder nicht in Einklang mit einem materialverstandenen Schuldprinzip. Und deswegen können wir das an dieser Stelle nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Richtig ist, das Ordnungswidrigkeitenrecht, das müssen wir uns anschauen. Da können wir auch wirklich darüber nachdenken, ob wir das schaffen müssen. Wir haben da in den letzten Jahren noch einiges gemacht. Erst 2013 haben wir die möglichen Strafen verzehnfacht von einer Million auf zehn Millionen Euro. Das ist schon mal was. Aber natürlich muss man hinschauen, ob diese Sanktionen effektiv sind. Da kann man auch darüber nachdenken, ob man das noch schärft. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Sie kritisieren, dass es keinen Verfolgungszwang geben würde in Ordnungswidrigkeiten. Das ist zwar richtig, das Ordnungswidrigkeitenrecht folgt dem Opportunitätsprinzip. Aber natürlich muss man sich schon mal anschauen, in den Konstellationen, worüber wir hier gerade reden, also wo es große Schäden gibt, wo es ein schwerwiegendes Fehlverhalten gibt, da ist es doch so, dass das Verfolgungsermessen der Behörden sich regelmäßig auf null reduziert. Das heißt, das Opportunitätsprinzip, das weicht in der Sache einem Legalitätsprinzip. Das heißt, die Behörden müssen ja einschreiten. Und deswegen gibt es hier auch keinen Handlungsbedarf aus unserer Sicht an dieser Stelle. Was man aber darüber machen kann, da kann man tatsächlich nachgucken. Momentan ist es ja so, dass die Zuständigkeit bei den Amtsgerichten in aller Regel liegt. Wenn wir hier von erheblichen Schäden, von komplexen wirtschaftlichen Zusammenhängen sprechen, da kann man schon überlegen, sind die Amtsgerichte möglicherweise nicht sachlich und personell an dieser Stelle überfordert damit. Und da kann man schon darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, Wirtschaftsstraf kann man an den Landgerichten diese Zuständigkeiten zu übermitteln. Also es gibt viele Punkte, worüber man nachdenken kann, um Sanktionsmechanismen auch effektiv zu machen. Ich möchte abschließen mit einer Bemerkung. Das fand ich dann schon interessant in Ihrem Antrag. Sie setzen ja sehr stark auf eine Abschreckungswirkung von Sanktionen. Die haben einen starken präventiven Effekt, schreiben Sie, und die sollen dann zu Rechtsträuben verhalten führen. Und das wundert mich dann schon ein bisschen, weil diese Argumentation, wenn wir sagen, wir wollen das Strafrecht zum Beispiel im Bereich der Terrorismusbekämpfung verschärfen, lehnen Sie diese Argumentation immer mit allergrößter Vehemenz ab. Hier tun sich massive Widersprüche in Ihrer Argumentation auf. Aber man sagt ja, Einsicht ist der erste Weg der Besserung. Und wir werden Sie daran erinnern. Heute werden wir jedenfalls Ihren Antrag erst einmal ablehnen, weil er im Ansatz verfehlt ist und viele Maßnahmen vorschlägt, die die Falschen treffen würden und nicht zielführend sind. Und deswegen können wir das so nicht mittragen. Vielen Dank, Herr Kollege.